Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Nein, 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 nein! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Und wenn doch, die schlüpfen uns doch ständig durch die Finger wie Gespenster, die nach Belieben ersteinen und verschwinden können. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Lachen wir nun mal ab und fliegen. Sie wollen beweisen, dass Sie aus Fleisch und Blut sind? Dann berigen Sie sich im Meer!